Ein sauberes Arbeitsumfeld bietet viele Vorteile sowohl für die Mitarbeiter als auch in Form von besserer Ordnung, weniger Abfall und weniger Werkzeugverschleiß. Ronda 2600H ist für die Reinigung großer Bodenflächen entwickelt. Die Maschine eignet sich sowohl für die tägliche Grundreinigung auf Großbaustellen als auch zum Saugen von Lager und Produktionshallen. Ronda 2600H ist mit einer 75 cm breiten Frontdüse mit Bürsten ausgestattet. Während des Betriebs kann die Düse leicht vom Boden abgehoben werden, indem man den Bügel zieht. Auf diese Weise werden Kleinteile und sonstiger Schmutz abgesaugt, der typischerweise vor der Düse hergeschoben wird. Das Heben der Frontdüse ist ebenfalls vorteilhaft, wenn man eine Türschwelle oder ein ähnliches Hindernis überqueren will. Die Düse kann während des Transports festgehalten werden, damit die Bürsten den Boden nicht berühren. Der Staubsauger ist mit kräftigen Rädern ausgestattet, die für ein unbeschwertes Manövrieren sorgen. Für die Reinigung zwischen Regalen oder Maschinen sind Schlauch-, Rohr- und Bodendüse standardmäßig enthalten. Eine Abstellhalterung für das Rohr kann optional erworben werden. Ronda 2600H kann den feinen Staub bewältigen, der typischerweise in der Bauindustrie und in Lagerhallen mit verschiedenen Bodentypen auftritt. Er ist ein Staubsauger der H-Klasse, der für gefährliche Stäube zugelassen ist. Das Filtersystem besteht aus einem Teflon-beschichteten Kanalfilter mit sehr großer Oberfläche, der als Vorfilter funktioniert, und einem großen HEPA-Filter, der die feineren Partikel zurückhält. Der große Kanalfilter ist über Federn gespannt, die dem Filter während des Betriebs einen Selbstreinigungseffekt geben. Ein Manometer zeigt an, wann der Vorfilter gereinigt werden muss. Dies geht ganz einfach mit Hilfe des Reinigungsventils. Der Ronda 2600H ist mit zwei oder drei Motoren lieferbar. Und bei beiden Versionen können die Motoren je nach Saugkraftbedarf einzeln eingeschaltet werden. Der Ronda 2600H wird von unten geleert und die Leerung erfolgt ganz einfach, indem der Griff angehoben und der Behälter herausgezogen wird. Das aufgenommene Material kann entweder mit dem mitgelieferten Behälter-Einsatz in einem Kunststoffsack oder direkt im Stahlbehälter gesammelt werden. Beim Einsatz auf Baustellen und bei gefährlichen Stäuben muss dieser Behälter-Einsatz mit Kunststoffsack verwendet werden. Ronda – Vacuums for Life Ronda – Vacuums für zonen Verwenden Spiegel Spiegel Vizep Spiegel Spiegel Spiegel